Musik Herzlich Willkommen, sehr geehrte Spaßsuchende! Wie Sie alle wissen, haben wir uns hier versammelt, um gemeinsam eine lustvollere Lebenshaltung zu finden, um positivere Gedanken zu denken, um wieder mehr Spaß am Leben zu haben. Und, haben Sie Spaß? Ganz viel Spaß! Fun, Fun, Fun! Radio Phantastik 108.7 Hey, du! Hey, wir sollten eine Bombe bauen. Eine Spaßbombe gegen die Langeweile. Die Gruppe ist fast euphorisiert wegen ihrer Bombenidee. Sie sprechen die ganze Zeit vom ultimativen Fun. Tag 20, 20.35 Uhr. Es ist kaum zu glauben. Innerhalb weniger Tage hat sich die Stimmung im Madrid um 180 Grad gedreht. Die Gruppe ist kaum wieder zu erkennen. Radio Phantastik 108.7